Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Die Firma hat ein Bett entwickelt, das die Babys beruhigen sollte. Alles, was du machen musst, ist dein Baby anschnallen und die Maschine läuft. Die Firma sagt, dass die Schüttelbewegungen dem Babys das Gefühl geben, dass es noch im Bauch der Mami ist. Diese Leute haben Löcher gemacht, damit ihre Hunde rausschauen können und allen Häusern gehen können. Das ist schon wieder das Ende dieses Videos. Ich hoffe euch hat es wirklich gefallen und dass ihr uns bald wieder seht. Bis dann!